Musik Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fan Fiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fan Fiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fan Fiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 110 Dunkle Verführung Dritter Teil Noch immer hielt sie eines der Pergamente in der Hand, auf welchem Severus Notizen gemacht hatte. Ihr Weg führte sie zurück an die Stelle des Tisches, an der Severus sich Tintenfass, Feder und Pergamente zurechtgelegt hatte, um die Dinge, die er für wichtig erachtet hatte, festhalten zu können. Sie setzte sich auf seinen Platz und ging die Notizen von vorn bis hinten durch. Seine winzige Handschrift ließ die übliche Ruhe vermissen, die sie von seinen sonstigen Arbeiten kannte, denn er hatte offensichtlich sehr zügig geschrieben oder er war sehr aufgewühlt gewesen, womöglich beides. Bestimmte Worte oder Satzteile waren umrandet oder unterstrichen. Die Nummerierungen der einzelnen Textstellen, die er abgeschrieben hatte, fanden sich manchmal an anderer Stelle wieder, sodass sie ahnte, er hätte mit den Markierungen womöglich seine Vermutungen über eine mögliche Verbindung zueinander kennzeichnen wollen. Von den zwölf Seiten Pergament wollte sie sich nicht verwirren lassen und so nahm sie die oberste in die Hand und widmete sich dem ersten Punkt. Buchtitel und Seitenzahl waren notiert, sodass sie aus den ganzen aufgeschlagenen Büchern das entsprechende Buch heraussuchte, die Seiten aufschlug und nachlass. Er hatte Wort für Wort aus dem Buch kopiert. Es handelte sich um einen änderbaren Zauber, um verlorene Dinge wiederzufinden. Hinter seinem ersten Punkt stand in einem kleinen Kreis eine 32. Und so blätterte sie in den Pergamenten, bis sie den Punkt 32 fand, der wieder aus einem anderen Buch stammte. Sie las laut vor. Verloren geglaubtes muss existent sein, um es mit einem der folgenden Zauberspruchkombinationen finden zu können. Sie blätterte zurück zu Punkt 1 und las. Einen abhandengekommenen Gegenstand kann man wieder erlangen, selbst wenn nur noch Überreste von ihm vorhanden sind. Hermine erkannte die Zusammenhänge und um alles besser verstehen zu können, wollte sie seine Notizen querlesen, also sofort die Verweise berücksichtigen und nicht erst die Punkte chronologisch abarbeiten. Was ihr während des Lesens auffiel, war, dass Severus Bücher aus verschiedensten Sparten zurande gezogen hatte. Zauberkunst, Kräuterkunde, Tränkebücher, historische Abhandlungen und, da hatte Draco recht gehabt, schwarzmagische Bücher. Zwei, um genau zu sein. Über einige lateinische Texte war sie weniger erfreut, doch auch diese las sie und übersetzte sie zeitgleich im Kopf, denn sie hätte erst einmal seine Notizen bis zum Ende durchgearbeitet, dann würde sie sicherlich wissen, nach was er verzweifelt suchte, denn nur dann würde sie ihm helfen können. Die beiden schwarzmagischen Bücher miet sie und sie las stattdessen nur die äußerst interessanten Auszüge aus ihnen, die Severus niedergeschrieben hatte. Laut seinen Notizen kamen sie zu dem Schluss, dass er nicht nur etwas suchte, das er verloren glaubte, sondern es auch wieder zusammenfügen wollte, sobald er es gefunden haben sollte. Doch was könnte das sein? Die Ausmaße des Wissens, welches sich ihr hier offenbarte, waren kaum zu messen. Die Bibliothek von Hogwarts war zwar gut ausgestattet, doch Hermine bezweifelte, dass diese Art von Büchern in ihr zu finden wäre. Ihres Erachtens bewegten sich die meisten Bücher am Rande der dunklen Magie, wie jenes, welches Severus ihr einmal zu lesen gegeben hatte. Nicht ganz so schwarzmagische Elixiere und Tinkturen, Zaubertränke im Zwielicht, war der Titel des Buches gewesen, welches sie in einem unglaublichen Tempo verschlungen hatte. Manchmal vergaß sie seine Notizen und blätterte einfach in einem Buch, um sich einen Überblick über magische Möglichkeiten zu verschaffen, von denen sie bisher keinen blassen Schimmer gehabt hatte. Mit einigen der Sprüchen, auf die sie gestoßen war, sollte es ihr sogar möglich sein, die Überreste von Severus' altem Zauberstab herbeizuschaffen. Selbst wenn es sich dabei nur noch um Asche handeln sollte. Aber wer könnte mit Asche schon etwas anfangen? Buch für Buch nahm sie in die Hand, um Severus' notierte Auszüge selbst nachzulesen und darüber hinaus noch etwas weiter zu blättern. Einige Sprüche konzentrierten sich darauf, verschollene Menschen aufspüren zu können, selbst wenn diese bereits das Zeitliche gesegnet haben sollten. Hermine fand im gleichen Zusammenhang auch tatsächlich einen Zauberspruch, der erklären würde, wie die Karte der Rumtreiber funktionieren könnte, die jede Person anzeigen konnte, die sich in Hogwarts aufhielt. Die Stellen, die sich mit dem Wiederherstellen von zerstörten Gegenständen beschäftigten, schilderten alles andere als den bekannten Reparo, mit dem Hermine schon mehrmals Harrys Brille hatte reparieren können. Gegenstände, die zum Beispiel einem Feuer zum Opfer gefallen waren, konnten mit manchen Sprüchen in ihren tadellosen Zustand zurückversetzt werden und so etwas war mit einem Reparo nicht zu schaffen. Die magischen Mittel und Wege, die sich ihr beim Lesen der Notizen und dem Studieren der Bücher auftaten, ließen ihr manchmal einen Schauer über den Rücken laufen und dann, ohne es bemerkt zu haben, hatte sie nach einem der schwarzmagischen Bücher gegriffen und sie versank in den finsteren, befremdlichen Worten einer längst erloschenen Philosophie, die ihren gescheiten Geist mit einem unsäglichen Feuer zu entzünden hofften. Hermines Gelehrsamkeit machte keinen Halt vor den dunklen Schriften, die an ihren Wissensdurst appellierten und aus diesem Grunde wurde sie erfolgreich und von ihr unerkannt in deren Bann gezogen. Die unheilvollen Buchseiten gewährten ihr Einblick in unergründliche Zaubersprüche und unirdische Künste und sie bemerkte nicht einmal, wie sich ein dunkler Schatten auf ihre Seele legen wollte, um ihr die Sicht auf jedweden hellen Schimmer zu versperren. Hermine war sich nicht darüber bewusst, ob ihre Stimme die schwarzen Texte laut wiedergab oder ob sie diese nur in ihrem vernebelten Geiste vernehmen konnte, aber sie las nichtsdestotrotz aus dem Buch vor. Wie Schlafes Bruder ist auch jener Verwandter von Felix Felicis nicht den Glücksbringern zuzuordnen. Mit einem Trank wie auch mit einem Fluch lassen sich gelenkte Schicksalsschläge für verhasste Mitmenschen gezielt herbeirufen, während bei einem Trank die eingenommene Menge ausschlaggebend für entweder kleine Missgeschicke oder große Unglücke ist, kann ein Zauberspruch das angewandte Pech auch aus der Ferne bis ins Unerträgliche steigern und auf Wunsch sogar mit dem Tode enden lassen. Von der Wirkung, die das Buch auf sie ausübte, war Hermine völlig ahnungslos und so blätterte sie weiter und las noch einige der unseligen handschriftlichen Überlieferungen wahllos und verklärt vor. An unerwiderter Liebe muss man nicht vergehen. Der Amor Tintia mag allgemein als stärkster Liebestrank gelten, doch er ist nur eine Erfrischung im Vergleich zum Kogamor, Kogere Amor, dessen Wirkung ein Leben lang anhalten wird. Unbemerkt von ihren Mitmenschen wird die auserwählte Person allein dem Hersteller des Tranks verfallen und die Loyalität dem Brauer gegenüber wird nach einmaliger Einnahme so sehr gewachsen sein, dass die Person ihm auch bedingungslos in den Tod folgen wird. Das Geheimnis dieses Tranks ist nämlich seine Kombination mit dem unten aufgeführten Zauberspruch, der ähnlich wirkt wie eine gekonnte Mischung aus Legilimentik und dem Imperius. Liebe und Treue wird ihnen bis ans Ende ihres Lebens gewiss sein. Eine unerwartete Verzückung breitete sich in Hermine aus, denn allein das Wissen darüber, dass solche Dinge machbar waren, ließ ihr Herz höher schlagen. Hinweg waren all ihre rechtschaffenden Gedanken und sogar die Furcht vor üblen Nebenwirkungen der abscheulichen Wege der dunklen Magie waren verflogen. Sie wollte nur noch lesen und lernen, Abarten der Magie erkunden und vielleicht sogar ihrer eigenen Seele. Plötzlich spürte Hermine eine Hand über ihrer Schulter, die sie fest am Umhang packte und vom Stuhl riss. Ihr Rücken kollidierte mit der Wand und nun waren es zwei Hände, die in ihrem Umhang zu Fäusten geballt, sie gegen die Wand drückten. Severus war von seinem Gespräch mit Albus zurückgekommen und er hatte Hermine in seinem Labor vorgefunden, auf seinem Stuhl. Doch er war es gewesen, der die Bücher nicht weggeräumt hatte und so war er nicht zornig, dass sie hier saß und wahrscheinlich wahllos eines der Bücher gegriffen hatte, um bis zu seiner Rückkehr zu lesen. Weil sie ihn jedoch nicht zu hören schienen, als er mit ihr sprach, da trat er an sie heran. Erst in diesem Moment fiel sein Blick auf das Buch, in welchem sie versunken war und es war eines der beiden Schwarzmagischen. Wut war in ihm aufgestiegen, jedoch nicht, weil sie ungefragt in seinen Büchern las, sondern weil er allein die Schuld daran trug, dass sie sich eine Lektüre zu Gemüte führte, die mit Leichtigkeit selbiges zerstören könnte. Während er sie gegen die Wand presste und er ihre von der kalten Sprache der Dunkelmagie ganz lüstern glitzernden Augen betrachtete, schimpfte er. Sind sie wahnsinnig geworden? Wie kommen sie dazu, so ein Buch auch nur anzurühren? Fiebrig schaute sie an ihm vorbei auf den Tisch und ihr Verlangen, nur noch ein paar Seiten lesen zu dürfen, war so groß geworden, dass sie sich unter seinem eisernen Griff ganz unruhig wie ein Aal zu winden begann. Spöttisch fragte er, Was haben sie? Sind sie von ein paar Seiten schon ganz fickerig geworden, dass sie ja nichts anderes mehr denken können, als daran, die nächste Seite aufzuschlagen? Noch immer reagierte sie nicht auf ihn und da festigte er seinen Griff an ihrem Umhang, damit er sie einmal erneut in der Hoffnung gegen die Wand drücken konnte, sie aus ihrer Bewusstseinstrübung zu befreien. Nachdem ihr Rücken an die Wand geprallt war und ein hervorstechender Stein sich schmerzhaft in ihre Schulter gedrückt hatte, erwachte sie halbwegs aus ihrem verklärten Zustand und sie blickte ihn mit noch immer hitzigen und gleichzeitig getrübten Augen an. Ich habe nur gelesen. Verteidigte sie sich mit einer erschreckend schwachen Stimme, so dass Severus seine grobe Behandlung im ersten Moment bereute, doch ohne sie hätte er Hermine vielleicht gar nicht mehr zurückholen können. Nur gelesen? In einem Buch, welches für ihre Augen niemals bestimmt war? Zeterte er mit aufgebrachter Stimme. Sich rechtfertigend sagte sie, im Geiste noch immer von dem Hauch dunkler Magie eingenommen. Es ist doch nur ein Buch, warum also die Aufregung? Mit zusammengekniffenen Augen und bedrohlich leiser Stimme spottete er. Nur ein Buch, ja? Sie sind sich der Gefahren doch überhaupt nicht bewusst, was alleine schon das Aufklappen des Buchdeckels für Auswirkungen haben kann, meine Gute. Seine Stimme wurde noch viel leiser und es war ihr nur noch schwer möglich, das Pochen ihres eigenen Herzens zu ignorieren, um ihn verstehen zu können, als er erklärte. Sie befällt ein Ungemerkt. Diese Begierde. Sie kraucht eiskalt bis in ihr tiefstes Inneres und heuchelt derweil lodernde Flammen vor, die das Blut in Wallung geraten lassen. Er zog sie an ihrem Umhang zu sich und flüsterte nahe an ihrem Mund, während er ihr weiterhin in die Augen blickte. Die Türke der dunklen Magie besteht daraus, sie in Sicherheit zu wiegen, sie innig wie ein Kind zu Herzen und sie an ihrer Brust zu nähren, um sie Schluck für Schluck mit dem Abschaum menschlichen Gedankengut zu vergiften, welches sie in ihrer Navität arglos als Wissen bezeichnen. Sie sitzen nur da und lesen, ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass jedes einzelne Wort sie in ein verderbliches Labyrinth zu zerren versucht, aus welchem sie nicht mehr herausfinden werden. Nun aber haben sie bereits gekostete Termine und es wird ein immerwährender Eindruck zurückbleiben. Er hatte wieder ein wenig Abstand zwischen ihre Gesichter gebracht, sodass sie ihn betrachten konnte. Sein Blick war trotz der braunen Augen finster und sein Gesicht war von kleinen Fältchen übersät. Die Hermine zwar selten hatte er spähen dürfen, denn es handelte sich um Sorgenfalten und nicht um die des Zornes. Seine Worte hatten ihre Überzeugungskraft nicht verfehlt und in ihrem Herzen wusste sie, dass er mit alledem recht hatte. Doch gegen den Drang, nur noch ein einziges Kapitel lesen zu wollen, hatte sie noch nicht ankommen können. Weiterhin hielt er sie am Umhang fest, als wollte er ihr Halt geben und selbst als sie seine Fäuste mit ihren zittrigen Händen berührte, ließ er nicht von ihr ab. Sie schluckte und versicherte mit fester Stimme. Ich weiß, wie weit ich gehen kann und dass ich es nicht auf die leichte Schulter... Er unterbrach und zischte bedrohlich leise. Nichts wissen sie. Sie trachten danach, die dunkle Magie mit offenen Armen zu empfangen, weil sie sich der Gefahr, die von ihr ausgeht, einfach nicht bewusst sind. Oder wollen sie sich ihr bewusst sein? Sich von etwas Dunklem verführen zu lassen, indem man die Unschuld vom Lande spielt, würde sie natürlich zu einem bemitleidenswerten Opfer werden lassen. Aber mit meinem Mitleid brauchen sie nicht zu rechnen. Ich weiß, dass ein scharfer Verstand in ihrem Dickschädel wohnt. Ich befürchte nur, dass ihr Kopf durch ihren Hochmut so sehr angeschwollen sein wird, dass sie nachher womöglich nicht einmal mehr durch die Tür passen werden, selbst wenn ich sie hinausschmeißen wollte. Erleichtert bemerkte er eine Träne, die sich in einem ihrer hübschen Augen bildete und da wusste er, dass er zu ihr durchstrengen könnte, wenn er ihr die bedrohende Gefahr nur verständlich machen konnte. Ernsthaft fragte er, Was fasziniert sie daran? Was hat so sehr ihr Interesse geweckt, dass sie ihren Verstand blindlings ausschalten und sich unüberlegt dem Verwerflichen hingeben wollen? Er blickte sie von oben herab an und fragte im Anschluss gehässig, Für ein belangloses Wissen lassen sie einfach ihren Geist verderben? Ich bin erstaunt, Hermine. Eines seiner Augen zuckte nervös, obwohl er seine fiese Maske aufrechterhalten konnte, so fühlte er doch mit ihr und erhoffte innig, sie erfolgreich von dem bewahren zu können, was einst beinahe ihm selbst mit Haut und Haaren verschlungen hätte. Es hat doch nicht viel mehr gefehlt und er hätte sich damals um Haaresbreite seiner Leidenschaft für die dunklen Künste hingegeben, denn er hatte niemanden gehabt, der ihn aus diesem verderbenbringenden Strudel hatte reißen können. Wie die dunklen Künste auf den menschlichen Verstand einwirkten und mit welcher List sie sich in den eigenen Geist einfraßen, um sich wie schmarotzendes Ungeziefer an den magischen Kräften zu nähren, hatte er selbst am eigenen Leib erfahren und erlernen müssen. Er musste Hermine vor Augen halten, wie sie enden würde, würde sie jetzt nicht den richtigen Weg einschlagen. Sie kannten doch Bellatrix Lestrange, wenn auch nicht sehr gut, aber sie wissen, wie diese Frau gewesen war, richtig? wollte er wissen. Hermine nickte. Ihre Unterlippe begann zu zittern und in ihrem anderen Auge bildete sich nun auch eine Träne, während sich in ihren Gedanken Szenen abspielten, in denen ihre Freunde und sie dieser wahnsinnigen Frau hatten gegenüberstehen müssen. Severus grinste fies, nachdem er ihre zittrigen Lippen bemerkt hatte, bevor er übertrieben freundlich sagte, »Konnten Sie Miss Lestrange gut leiden?« Hermine schüttelte den Kopf und nur durch die Bewegung hatten sich die Tränen aus ihren Augen gelöst und sie bahnten sich nun einen Weg über ihre rosigen Wangen. Endlich ließ Severus von ihrem Umhang ab, doch seine linke Faust verkrub sich in den dichten, lockigen Haaren an ihrem Nacken, während er seine rechte hob und mit Daumen und Zeigefinger einen kleinen Abstand von nicht mehr als zwei Zentimetern zu zeigen. Während Hermine seine rechte Hand beobachtete, sagte Severus, »Es ist bedauerlich, dass Sie Miss Lestrange nicht leiden konnten. Wurde Sie doch nur so weit?« Er blickte auf seine rechte Hand. »Davon entfernt sind, genauso zu werden wie Sie.« Hermines Gesicht verzog sich vor Furcht und Zorn und sie schlug die Hand ihres Professors weg, bevor sie losrannte und dabei einige Haare lassen musste, da Severus sie immer noch am Schopf gepackt hatte. Doch sie hatte sich befreien können und sie lief und lief, die Treppe hinauf und einen Gang entlang. Sie rannte vorbei an Lehrern und Schülern, die für sie momentan nur gesichtslose Menschen waren. Einzig die Erkenntnis darüber, beinahe den dunklen Künsten verfallen zu sein, hätte Severus ihr nicht einen Spiegel vor Augen gehalten, gab ihr den Antrieb zu fliehen, vor der Dunkelheit und vor ihrer eigenen Schwäche. Erst nach einer Brücke stoppte sie, weil sie Seitenstechen bekommen hatte. Es musste bereits sehr spät am Nachmittag sein, denn es war nicht mehr besonders hell. Trotzdem wollte Hermine noch ein Stück laufen, einfach etwas Zeit draußen an der frischen Luft verbringen. Ihr Weg führte sie über die Brücke hinüber und nach wenigen Minuten konnte sie Hagrids Hütte sehen. Die Option auf eine heiße Tasse Tee und eine warme Umarmung schien angenehm. Doch Hagrid würde viel zu viele Fragen stellen und so spazierte sie ziellos umher. Sie bedauerte es, den Hund nicht bei sich zu haben, denn der würde sie ablenken können. Er würde heute sowieso noch einmal Auslauf benötigen und sie hoffte, dass Harry es übernehmen würde. Denn heute wollte sie niemanden mehr sehen und damit meinte sie wirklich niemanden. Nicht einmal ihre beste Freundin Ginny. Was würden ihre Freunde wohl von ihr denken, würde sie erzählen, dass sie sich auf die dunkle Künste eingelassen hatte. Schon während des Buches über nicht ganz so schwarzmagische Elixiere war ihr aufgefallen, dass ihr Interesse geweckt worden war und sie sich Fragen dazu gestellt hatte, wozu die tatsächlich schwarze Magie wohl fähig sein könnte. Sie verstand jetzt auch, warum Draco vorhin so stark reagiert hatte, nachdem er das Buch, das er gehalten hatte, als eines der schwarzmagischen erkannt hatte. Es war das unwahrnehmbare Gefühl, etwas Böses berührt zu haben, weswegen er seine Hände an seinem Umhang abgewischt hatte. Ihr selbst ging es jetzt nicht anders, denn sie fühlte sich beschmutzt. Nicht nur ihre Hände, sondern auch ihr Verstand waren beschmutzt worden. Und ob dieses Gefühl der Unreinheit jemals wieder vergehen würde, stand in den Sternen. Severus hatte vorhin gesagt, dass ein immerwährender Eindruck zurückbleiben würde und wahrscheinlich meinte er genau dieses Gefühl der Verunreinigung des Geistes. Sie war in den verbotenen Wald hineingegangen, doch nicht sehr weit und sie setzte sich an einen Baum, um einen Moment nachdenken zu können. Nachdem Hermine sein Labor verlassen hatte, hatte Severus sich gleich auf den Weg zu Harry gemacht und er war ohne zu klopfen bei seinem Kollegen eingetreten, nur um gleich darauf peinlich berührt eine Entschuldigung hervorzukrächzen, bevor er sich wieder aus dem Wohnzimmer entfernen wollte. Doch Harry hielt ihn auf. Schon gut, kommen Sie rein, Severus, sagte Harry, der sich gerade von der Couch und von Ginny erhob, die unter ihm auf der Couch lag. Es tut mir, ich dachte... Severus stottern zu erleben, war etwas einzigartiges, weswegen Harry lächeln musste, bevor er sagte, Ich schlage vor, dass wir in Zukunft wieder auf das Anklopfen zurückkommen sollten. Severus nickte beschämt, bevor er fragte, Wenn ich einen Moment mit Ihnen reden dürfte, Harry? Harry blickte zu Ginny, die noch immer auf der Couch lag und sich durch den plötzlichen Gast gestört zu fühlen schien. Er erhoffte sich von ihr eine wortlose Zustimmung, doch den gefallen tat sie ihm nicht, denn sie sagte gelangweilt, Sofern mir kein Punkteabzug droht, kann er ruhig bleiben. Severus kniffte den Mund zusammen, schluckte jedoch jeden bösartigen Kommentar hinunter, sodass er zu Harry sagte, Ich weiß, dass Sie sie haben und ich bitte Sie, einen Blick auf die Karte werfen zu dürfen. Harry stutzte, sodass Severus deutlicher wurde. Die Karte der Taugenichtse meine ich. Harry verbesserte, Die Karte der Rumtreiber? Ist doch das Gleiche. Ich brauche die Karte sofort, sagte Severus mit Nachdruck. Kann aber einen Moment dauern, erklärte Harry. Was ist aus dem guten, altbewährten Aufrufezauber geworden? stichelte Severus. Aufrufezauber funktionieren aber nicht, wenn der aufzurufende Gegenstand in einer verschlossenen Kiste liegt, sagte Harry langsam und lehrerhaft. Ich weiß nicht, in welcher Kiste die Karte ist, also bitte ich um ein wenig Geduld. Nachdem Harry ins Schlafzimmer verschwunden war, stand Severus im Wohnzimmer und es störte ihn nicht im Geringsten, dass Harrys Verlobt ihn zu ignorieren versuchte. Während Harry seine Kisten nach der Karte des Rumtreibers durchsuchte, saß Hermine weiterhin an dem Baum und hoffte innig, dass sie nicht noch einmal von den dunklen Künsten verführt werden würde, denn sie bezweifelte das nächste Mal ungeschoren davon zu kommen. Einen Vorgeschmack hatte sie bereits erhalten und hätte Severus sie nicht mit Bellatrix Lestrange verglichen, dann wäre sie wohl jetzt schon verloren gewesen. Morgen würde sie Severus alles erklären wollen, ihm schildern, wie es überhaupt dazu gekommen war, dass ihr dieses Buch in die Hände gefallen war. Und sie wollte ihn natürlich auch fragen, nach was er suchen würde, denn während sie seine Notizen gelesen hatte, waren ihr natürlich einige Gedanken und Theorien durch den Kopf gegangen. Doch sie musste wissen, was es war, was er verloren hatte, damit sie in der richtigen Richtung weiterdenken konnte. Würde Severus sie jetzt überhaupt noch als Schülerin haben wollen? Es war gut möglich, dass ihr heutiges Verhalten dazu führen konnte, dass er seinen Vertrag mit ihr kündigen würde. Hermine versuchte, sich an den eigenen Passus zu erinnern, der Severus ermöglichen würde, ihr Ausbildungsverhältnis vorzeitig zu beenden, doch sie kam einfach nicht darauf. Ihre Gedanken waren noch zu sehr von dem eben geschehenen Ereignis vereinnahmt. Sie legte entmutigt und vor lauter Scham ihr Kopf in die Hände, um still zu weinen. Hermine hatte sich gerade dazu entschlossen, sich ihrem Selbstmitleid voll und ganz hinzugeben, da hörte sie es knacken und sofort war sie auf der Hut. Dieser Wald beherbergte viele Gefahren und sie kannte einige Akromantulas, Zentauren, Trolle und Wehrwölfe. Um letztere brauchte sie sich keine Sorgen zu machen, denn weder war es Nacht, noch schien der Vollmond. Der würde erst in einigen Tagen am 9. November am Nachthimmel erscheinen. Aber was verursachte das Geräusch? Sie wagte es nicht, sich vom Boden zu erheben, weil sie sicherlich Äste zu knacken bringen würde. Also verweilte sie weiterhin mit einer Hand auf ihrem Zauberstab an dem Baum und lauschte dem Rascheln, welches langsam näher zu kommen schien. Auf einmal sah sie das Wesen, welches das Geräusch verursachte und Hermines Augen füllten sich erneut mit Tränen. Ein Fohlen mit goldenem Fell trottete unbefangen auf sie zu und als es genau vor ihr stand und sie neugierig beäugte, da steckte Hermine ganz vorsichtig eine Hand aus. Das Tier kam tatsächlich näher und stupste sie mit der Nase. Die Nüstern flutterten aufgeregt, als das junge Einhorn Hermines Hand beschnupperte, doch mit der Hand wollte es sich nicht zufrieden geben, so dass Hermine sich einen Moment später Wange an Wange mit dem Fohlen wiederfand, welches seine Nase in ihrem Haar vergraben hatte. Hermine lachte auf und weinte gleichzeitig, bevor sie sagte, Au, nicht meine Haare fressen, das bekommt ihr nicht. Sie streichelte das Fohlen und fuhr ihm durch die widerspenstige Mähne und mit jeder Berührung fehl Hermine ein weiterer Stein vom Herzen. Denn das Gefühl der Unreinheit verging und darüber hinaus war sie sich sicher, dass das junge Tier sich nicht von ihr berühren lassen würde, während ihre Hände durch dunkle Magie besudelt. Das Fohlen steckte seinen kleinen Kopf neugierig in Hermines Umhang, fand aber nichts Interessantes, so dass sie noch einmal aufblickte und sich am Kopf kraulen ließ. Danke, hauchte Hermine erleichtert. Sie war unendlich dankbar dafür, dass sie ihre Hände im goldenen Fell des jungen Einhorns wieder hatte reinwaschen können, auch wenn es sich womöglich nur um das Gefühl gehandelt hatte, schmutzig zu sein. Nachdem das Fohlen fröhlich umherhüpfend seinen gleichen Weg zurückging, verließ Hermine erleichtert und gestärkt den Wald, um sich doch ein wenig Trost von Harry zu holen und ihm von ihrer Schwäche zu berichten. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zur Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Schau, bis zum nächsten Mal. 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 Schau, bis zum nächsten Mal.